Ich muss mal gleich gucken, irgendwie funktioniert das. Ihr müsst euch mal die Einstellung heranziehen, auf die ich aufnehmen muss. Auf die Einstellung muss ich aufnehmen. Ich habe keine Ahnung, warum es immer noch leckt. Vielleicht hier ran. Und auf der Einstellung kann ich normalerweise spielen. Ich verstehe es nicht so ganz. Aber was soll's. Irgendwas ist an meinem Computer kacke und ich weiß bis heute nicht was. Ich bin mal gespannt, ob ich das irgendwann rausfinden werde. Oder ob ich einfach hier kläglich in meiner schlechten Grafik hier rumspielen muss. Oh, das ist auch ein Gegner. Ich dachte irgendwie nicht so viel Schaden wie das hier. Einfach nochmal Pfeile auf den toten Körper schießen. Boom. Ich liebe das. Der weicht uns auch noch aus. Was denkt er sich eigentlich? Wo schmeißen wir schon mal die Bombe hin? Ah, klappt das? Oh, es hat nicht so geklappt, wie ich das wollte. Hier kommen mehr Gegner. Eigentlich war das nicht so geplant, aber Klappt trotzdem. Oh, boah, bei ihm geht party. Was benutzen wir doch hier? Wir sind zwar nicht in einem Team hier, aber Klappt trotzdem. Ich will ihn angreifen, ich will ihn angreifen, wie ich seine Vorräte verdammt, was soll man das? Warum renne ich eigentlich nicht mehr ran, ich bin ja kein Nahkämpfer. Lass mich nicht in Ruhe. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Da kommt ein Magier. Ah, krass sich an. Das war nicht mit der Attack, aber okay. Kann er mal aufhören zu schießen. Was sei denn das? Nimm nicht. Nimm das klappt beim Aufnehmen nicht, so wie ich das will. Ich kann normalerweise so schön zocken, ohne dass es leckend jetzt. Ne. Kämpftes Gebiet, was ist denn das hier so für eins? Gehen wir doch auch mal hin. Können wir mal direkt ein bisschen rumtesten hier. Und ich hab mir vielleicht... Ist hier nochmal ein Händler? Ja, jawoll. Hier vorne direkt. Da können wir uns einmal Werkzeug holen. Können wir uns schon mal ein paar Sachen machen. Ich hab mir, glaub ich, schon Berufe genommen, ne? Verschmutzhacke haben wir doch schon. Wieso hab ich die gar nicht ausgerüstet? Ist ein Anfang. Mein, mein, da Handwerk hatte ich. Weidmann und Lederer. Willkommen, kannst du da was machen? Na gut, was soll's. Tiere ausnehmen kann man ja hier leider nicht. So, eine Holzhacke. Und ne Sichel. Ist die Holzhacke da? Können wir ja zum Glück alles gleichzeitig tragen. Was? Ich mach mal kurz einen Cut und bin gleich wieder da. Naja, leuchtet schon mal etwas flüssiger jetzt. Das ist ein Anfang. So kann ich mich einigermaßen zufrieden geben. Und da vorne ist mal so ein Speer. Das kann ich... Ah, das hab ich euch ja gar nicht gezeigt. Fällt mir grad mal auf. Das können wir jetzt direkt mal tun. Dann schnack ich diesen Speer gleich mal an. Wir könnten nochmal auf Tiersuche gehen, aber das machen wir, glaub ich, später. So. Die Festung von Chemor hält den Krieg der Zentauren von Götterfels fern. Wir Serapen opfern jeden Tag unser Blut und unseren Schweiß, damit es auch so bleibt. Aber die ständigen Kämpfe fordern ihren Tribut. Wir sind erschöpft. Die Zentauren könnten jeden Moment die Oberhand gewinnen. Bitte, helft uns, sie zu bekämpfen. Ja, und so läuft das ab, wenn man mit nem Speer redet. Hab ich euch das einmal gezeigt. Jetzt könnt ihr euch im Keks freuen oder so. Geht nicht in die Festung, bis ihr besser trainiert seid. Jenseits des Tores wird hart gekämpft. Stufe 6, oder? Wir sind auch nicht mal Stufe 5. Na ja, egal, du kannst ja probieren. Kürze Zentauren zerstört die Belagerungswaffen der Zentauren. Hilft den gefallenen Zeraffen, da sammelt fallen gelassene Anhänger auf. Damit wir mal ein bisschen Motivation in dieses Letzt bei reinbringen. Kann ja nicht sein. Da vorne ist ein Aussichtspunkt, den holen wir uns als erstes mal. Es liegen immer noch Waffen in der Rücken. Wo ist denn? Ach, da vorne direkt. Der ist ja einfach zu erreichen. Oh, das sieht episch aus mit dem Panther da. Pancha, ich grüße Sie. Ja, er zeigt uns eine kaputte Festung. In der wir übrigens schon mal waren, als wir das erste Mal das Zentauren abgewehrt haben. Kommt man hier gut runter? Ja. Nein, wir sind kurz vor Level 5. Schade. Dann töten wir einfach mal ein, zwei Gegner her und dann müssen wir auch schon Level 5 sein. Oder beleben einfach den da wieder. Ein Katapult. Solange der nicht auf uns schießt, ist vielleicht alles gut. Wir schießen einfach auf ihn. Das hört sich nicht gut an. Oh Gott, da ist ein Cent Haus. Ein bisschen Abstand davon gewinnen. So, jetzt komm, mach den platt. Wie viele, das sind gute Tanks, eindeutig. Bitte. Aua. War zwar nicht so gut geplant, aber so kann man es auch machen. Oh, Lederhandschuhe. Geil. Oh, der ist schlechter als unser. Oh, unser Panther greift auch mal mit an. Äh, Dschungel, Pürscher. Dingsbums. Ach, wir beleben hier einfach runter, äh, froh und munter weiter. Es gibt immer noch Waffen in der Rüstkammer. Die könnten wir gut gebrauchen. Wobei, zuerst mache ich diese Quest da hinten mit. Da rennt ja noch ein Spieler. Das heißt, das könnte vielleicht noch einfacher sein, als ich denke. Okay, der Spieler haut ab. Das ist vielleicht doch nicht so eine tolle Idee gewesen. Wir sind Stufe 7. Egal, ist schon machbar. Einmal Heil, einmal G das. Jetzt sind wir auch Stufe 8. Äh, Stufe 6. 5. Und so. Ich bin. Fertigkeiten und hier. Oh, wir haben unser erstes. Oh, das muss ich gleich machen. Hoffentlich sind die Sachen in Schuss. Wäre blöde, um sonst hier herumzurennen. Das möchte ich die Zentanenvorratsding noch erzählen, ob ich immer habe. Zentanenvorrats. Die stehen natürlich genau da. Geht doch. Ja, er rennt einfach mal rein, weil das kann. Ich meine. Ist doch nicht so, dass er alleine kann. Keine Chance, wen die ganzen Typen da hat. So, komm. Geht drauf. Ich finde diesen Feisch ist echt extrem lustig. Das waren die letzten. Haltet ein wenig die Augen auf, während die Serapen danken euch. Puff, und wir sind Level 5. Ciao. Ihr werdet gebrochen. Geht doch einfach, ich weiß gar nicht, was ich habe. Die kommen gerade recht. Wir müssen sie nur noch zur Festung schaffen. Bleibt wachsam. Das ist mal ein Fallhage rein. Hier kriegen wir das schon hin. Kann man mit Stufe 4, Stufe 5er, äh, Stufe 6er müssen wir machen. Ja, ich merke, ich bin schon wieder nicht gerade so anwesend. Jetzt haben wir ein Schwert. Was soll ich denn bitte mit einem Schwert? Macht das zumindest mehr Schaden. Nein, macht das nicht. Ah, eigentlich vorherzusehen. So. Du meinst, du wärst cool, ne? Kleine, wehrlose Bogenschützen angreifen. Mehr kannst du auch nicht. Ah, es läuft ruckelfrei. Muss ich schon zugeben. Ich brauche eindeutig nur ein PC. Ich werde weiterleben. Ah, komm, in den nächsten auch direkt. Wir haben ja eh unendlich Pfeile. Das ist egal. Das sieht auch wieder ein Pluspunkt am Weitlaufer finden. Obst die irgendwie, müsste ich alle 5 Minuten Pfeile neu... Oh, das ist ein Häuptling. Hm. Ah, sie hilft uns, sehr gut. Da hab ich jetzt etwas Glück. Necromant. Das sind übrigens die Fertigkeiten eines Necromant. Und bam. Kann ich ihn nicht ausnehmen oder so? Nö, kann ich nicht. Achso. Kann ich jetzt die ganze Zeit? Ne, schade, dass ich nicht so oft öffne, wie ich will. Das wäre ja so gar nicht Farming gewesen, so Bucketheels. Na, wo ist der andere? Ich war auch mal mit dem Link, aber ich hätte schon mal PKP-Wache, aber das bringt ab dem Level nichts. Das ist auf dem höheren Level, glaube ich, nicht zu empfehlen. Boom. Oh, dann den auch direkt. Wenn wir schon mal hier sind. Das macht aber gut Schaden. Das ist ein Fall, der wie wir uns sind. Hm. Können wir eigentlich mal ein paar Fertigkeiten-Punkte sammeln. Sowieso, wie sie hier sind. Gibt auch noch mal ein paar Erfahrungs-Punkte dazu. Na komm, mal ledige ihn. Handschuh des Lehrlings. Die sind nur so auf dem Gag. Ich spiele momentan nebenbei noch ein Mateshuch. Da. Da. Hm, wie komme ich da rein? Hier rum? Was ist das für einer? Stufe 8. Jawoll, das machen wir direkt. Wir haben es drauf. Wir kriegen das hin. Ich komme hier nicht rein. Oh, das war vielleicht, das war vielleicht dumm. Das war dumm. Richtig dumm. Ich mache einen Abgang. Komm, bei Fuß. Nicht kämpfen. Bei Fuß. Oh, das wird eng. Nein, bei Fuß. Was greift mich der Bär jetzt an? Was war das denn? Dilettant.